Herzlich Willkommen Leute zu ner neuen Runde Fortnite Battle Royale Blitzschnell mit der Blitzschnellen Truppe, die hier Blitzschnell gewinnt. Das sind doch viele Gegner schon am Dach, am Dach, am Dach sind viele. Bei uns? Ja, 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 bei uns oben, oben. Zwei Leute oben. Ja, auf unserem Dach drauf. Ich bin oben auf unserem Dach drauf. Ja. Achso, das hier doch. Einer von den ist da und der war aber auf der Straße, aber ist ja egal, also ich weiß was ihr meint. Auf mich wird geschossen. Ein Sniper irgendwo mitten aus der City raus. Ja unten in der Fischladen. Das war nicht der Sniper. Nee, das war er nicht. Links. Hä? Ah, gegenüber Loi. Wo heißt es nicht? Oh, okay. Richtung Süden. Süden sind zwei Dach. Hab ihn. Zeig auf, das deckst du dir einfach alles. Einer hier oben drin ist low, äh nicht low. Mach hin, mach hin. San Wukong hier. Ja, den hab ich mal angeschossen. Nee, du hast einen Astronauten angeschossen. Okay, ich hab ihn zu low. Nein, ich hab ihn auch noch mal angeschossen danach, als du eine Weile haben. Ja, ich bin wieder da. Ja, bei mir ist soweit noch alles frisch. Die sind unter mir in dem Haus drin. Gibt's hier vier? Einer baut sich hinten nach Südosten weg. Zwei, glaub ich, Südosten sogar. Hallo, lass mich mal hoch. Hier unter uns sind noch zwei Leute drin. Einer schießt auf Kuh. Ja, ja. Da sind auch hinter euch. Ja, ja, hinter euch. Richtung 120. Ich brauch irgendeine Waffe noch, ey. Äh, was brauch, was willst du denn? Hallo, ja, ja. Danke. Bitte. Zwei Down dahinten? Ist die voll? Ich hab nicht reingekommen. Fünf Schuss. Ja, äh, 120. Treff ihn nicht. Denk dann unter uns im Haus und eigentlich auch noch zwei. Hat mich. Ich muss nur kurz gucken, ob sicher ist. Ja, ja. Ich hab keine Heilung. Irgendwer? Ich lass mich aufheben, oder? Mach's schon. Es könnte sein, dass hier zwei Leute im Haus sind. Die sind nicht rausgegangen. Glauben, das sind die Gegenüber. Da war grad ein Buchwand. Was ist das? Ich baue was ab. Habt ihr irgendwas zum Heilen, oder so? Ne, ne? Ich muss mal in den Windschladen gehen. In der Mitte sind zwei Down, da könnte Heilung liegen. Oh Gott. Hilfe, Leute. Ich hab nichts zum Bauen. Ja, ja, ja. Ich hab nichts zum Bauen. Alex, Alex, komm. Weg Capuzzo. Oh Gott. Oh. Oh. Alexa, stopp. Hast du die Bandagen? Ne. Jetzt so. Hier? Da, drin. Oh, die brauche ich auch. Alex hat ja gar kein Leben Capuzzo. Hört euch die auf. Die laufen jetzt nach SO. Alex hat alles gegessen. Ich komm wieder rein, ich komm wieder rein, ich komm wieder rein. Die laufen sich näher, glaube ich. Ja, sind auf SO, sind von uns. Brägt aber nix eigentlich Capuzzo die zu teilen. Weil wir nur ein Bauen. Bauen Sie so. C4. 1. Gute Hits. Und links von dir ist eigentlich doch. Kann man ihn einbauen? Loll. Hä? Wird der mich jetzt getroffen? Eine super Einbahnfahrt. Ich hab mich durchgetan gesehen. Hinter mir Steps. Ja. Okay, aber kein Dalu. Ist noch gut. Kondon, heb du mich ab. Medikit liegt schonmal eins. Ah, der ist low. Wukon, finish mich. Natürlich finisht er. Ist auch ein Idiot wieder mal. Kondon, lass, lass, lass. Einer ist low davon, Dalu. Nein. Beide tot. Sorry. Was? Haben die den, haben die den Kampf davor denn gewonnen? Das waren die gleichen, das sind die immer noch die gleichen. Ne, 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 ne. Ähm, ich hatte die beiden im Blick, also Wukon und den. Ähm, und von links wurde Kondon dann down geschossen. Da. Ne, das war der. Ach so, das waren die. Das waren die, genau. Das waren die. Ich, 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 ich. Kondon hat dich der down geschossen, der da, wo du C4 hingeworfen hast? Die, ne, ich hutsche von der Straße aus. Genau. Und der, der ist am Dach, Mann. Der war an. Ja, aber das waren nicht die zwei. Ich hatte halt beide im Blick. Ich hatte halt beide im Blick. Ich glaube schon, dass das die waren. Weil ich, der, der hat mich auch gekillt. Der den Kondon das erst und dann mich. Ja, aber viel liegt hier. Ich sehe nichts mehr. Ich bin in der Hauptlobby. Aber es ist eh die letzte Runde. Gut. Hier holen wir uns. Das ist aber noch viel nicht gelootet. Ihr holt die und ich bestelle mir das in S. Ne, da ist nicht gelootet. Ne, ich glaube hier wird alles gelootet sein. Ne, mein Haus abs komplett nicht. Ich habe noch ein Mini Schilddrang. Sind wir noch an der Zone dran? Äh, noch ein Schlürf. Mini Schild und Schlürf bei mir im Haus. Ah, also Schlürf. Ne, ja, nehm du, nehm du. Und da oben ist noch eine Kiste, ne? Am Dach oben. Oh, ich mach auch hier. Äh, mein Mini Schild hat noch keiner getrunken. Seht das richtig? Doch, Mini Schild hab ich nehm du auf jeden Fall den Schlürf. Äh, ich abschein' Intus. Ja, dann nehm' den anderen, wenn der abgelaufen ist. Hört sich ja nicht komplett voll. Hm, hm, hm. Auch ne Kiste. Das hält bei dir halt 100. Ja, gut. Wo ist denn der? Warte, ich hol' ihn. Achso, ich dachte nur. Das ist immer noch, wo du ihn liegen gelassen hast. Ah, ne. Ich war bei diesem Spiel lieben Knopf. Rechts unten sollte so ein Abfall kommen, wo du wirklich lieben willst normal. Nicht Rage-mäßig da rumdrücken. Ja. Ich wollte den nächsten Spiel angucken und da hat er den ganz rechten Knopf gedrückt. Ich hab nichts zum Bauen, stell mich doch mal so auf. Ah. Hörst du das kaum ran? Hör den Sturm, ja. Achso, ja. Da ist ne Nair Drop, der liegt schon relativ lange. Und da ist auch ne Kiste dahinter. Wo? Dahinter. Achso, am Baum, ja. Äh, darf ich das auch machen? Ich brauch auch noch. Also, sorry, ich hatte die, ich hab die noch nicht fertig gehabt. Dann nimm mal das 50er Schild auf jeden Fall. Oh, guck mal, da kannst du auf 100. Oder halt, wie auch immer. Hier liegen auf jeden Fall zwei fette Schild trinken. Vielleicht sind noch mehr drin. Ne, ist noch einer. Aber wir kriegen noch nen Air Drop. Kapuze, komm, öffne du den dann. Hier. Direkt unter uns. Ja, okay. Cunon, den, den großen Schild hol dir. Trink, trink. Ne, ich bin noch 50. Ja, ist noch egal. Hier wird eh noch einer drin sein. Das ist ne Ska. Habt ihr alle schon oder was? Äh, Cunon, ich geb dir den. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Schild aber. So, was ist denn da jetzt noch wer? Ich hab leider keine Sniper. Ich hab nur die Schrotflinde und die Ska, sonst nix. Ich frag mich, was du noch willst. Sind die zwei Hauptwaffen? Schrotflinde und Ska, sag mal. Äh, Gegner SO. Gott sei Dank leuchten die meisten Nacht so gut. Schwarzen Ritter. Ne, der, der Bär und der, ähm, dieser Elektro-Astronaut da. Der kennt man am besten. Dunkle Astronaut, ja. Bär, ja, der Bär auch. Der Bär, der läuft grad hier als Bär rum, den siehst du. Ja, ich hab ihn grad gesehen, der ist aber nach links gelaufen. Ja, hier ist einmal der Elektro-Astronaut. Das ist aber nicht der Bär. Ne, der Astronaut ist nach links gelaufen. Hat er noch? Ne, der Astronaut ist nach links gelaufen. Okay, die schießen gerade auf andere. Da können wir ran. Ich seh die, ich seh die aber, die kriegen wir, die steht doch voll offen. Ja, ja, warte, wir gehen noch weit näher ran. Ja, war er noch? Aber die anderen könnten uns sehen, ja, hallo. Warum sollten, ja, okay, schon richtig. Hat er denn echt gut im Visier? Moment, hier sind noch mehr Teams. Noch mehr. Die sind mehr als vier. Und rechts sind auch noch welche. Der klaut mir alle meine Kills da. Der auch. Die Leute werden auch von oben angegriffen. Das sind noch mal andere. Unten hab ich einen. Die von ganz oben sind. Fünftiger Schild. Fuck, ich werd hier von der Seite beschossen. Robin? Hier oben sind alle down. Die, 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 die Truppe von 150, 150? Äh, da oben sind alle gestorben. 150 schießt. 150 schießt. 150 schießt. Hier liegt ein Medikid oben, Kunan. Wo? Äh, oben bei den, die gerade als letztes gestorben sind. Ganz oben. Äh, weil er ist mit dem Mini Schild. Aber er ist mit dem Mini Schild. Aber er ist mit dem Momentar, weil ich meine Waffe dafür gedroppt hab. Und hier unten ist das Medikid. Hier wo ich jetzt bin. Ja, okay. Hat er eine Sniper oder sonst? Bestimmt. Hier unten liegt auch noch ein Medikid. Hab noch nichts gelootet. Noch ein Medikid. Hier sind noch sechs kleine Schildtränke. Kapuze. Äh, bei mir, bei mir, bei mir. Kannst du dir nachbehalten? Zwei down. Ich hab ausgelockt. Ich hab den letzten. Okay. Ne, ich hab den letzten davon. Äh, noch, noch mal. 150, die sind jetzt gewillt. Da, du hast du auch ne Skar? Äh, ja, ja. Ich suche ein Jump Pad. Äh, ich hab nur zwei Lagerfeuer. Ja. Ein Jump Pad ist halt so für mich, so denk ich, immer der Safe halt. Noch ein Medikid? Medikid, ja. So, ich, das nehm ich statt den Badagen mit. Gut. Du kannst noch stecken, oder? Ja, 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 ja. Die Teams, über uns, äh, das Team greift über uns an. Das andere Team greift die, die über uns angreifen, über uns an. Das andere Team, das die, die über uns angreifen, war immer einer bei da oben. Die einen sind mit dem Jump Pad runtergesprungen. Da hinten leuchtet, äh, ist nämlich der Leuchte, Dude. Genau. Wir können uns wieder ganz nach oben. Wir können wieder ganz nach oben. Wir können wieder ganz nach oben. Einen Sniper haben die nicht, gell? Ich hab schon mal gefragt. Äh, da unten bei denen am, die letzten Gegner am Lagerfeuer hat einen Autosniper da liegen. Richtung 30 von mir. Da, wo ich jetzt hinziele. Da. Und es ist noch ne legendäre Skar? Ich weiß nicht, ob ihr alle schon habt. Kaputze, in sieben Sekunden kommt die Zone. Da unten ist irgendwo ein Lagerfeuer und da liegt ein Autosniper neben. Ich hab noch Medipack, das hol ich schon. Denk an die Zone. Ja. Die Autosniper und die Hole. Habt ihr genug Munition? Ja. Wir sollten den nächsten, wir sollten den nächsten Berg noch nehmen. Wir sollten den nächsten Berg noch nehmen. Achso, ja, okay. Fuck, mein Fehler. Kommst du wieder hoch? Da ist ein Loch im Boden gewesen. Nice. Wir haben keinen Schlürf mehr, oder? Ich hab drei gerne. Medikit. Medikit wär gut. Hab ich zwei. Ja. Hab ich zwei. Oh Gott. Mal gucken, ob ich auch gerade ins Aufkommen. Aua. Das ist so riskant. Okay, hat geklappt. Das klingt irgendwie härter. Äh, was gut so? Ja, ja. Ich hab fast, es sind fast alle tot, glaub ich. Ähm, ja. Es leben noch zwei. Süden an der Brücke. Oh shit. Ich hab' den mit drauf gepupst. Hinter den Bäumen schießt die Bäume weg. Ja, da nimmt Brenner. Ja. 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 Brake-Dance. Okay. Brake-Dance. Alles klar. Brake-Dance. Brake-Dance. Was für lustige Situationen in dem Modus zustande kommen. Ist echt geil, ey. Leute, wenn es euch gefallen ist, dann macht's gut. Ciao. Tschau. Tschau. Tschau.